Je besser Sie üben und je mehr Sie andere Areale des Gehirns dazu zwingen, verlorengegangene Funktionen zu übernehmen, desto besser ist Ihre Erholung nach einem Schlaganfall. Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone Pfangel-Bichler. Ich bin die Pressesprecherin des Hauses und darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts begrüßen. Nach zweijähriger Bauzeit wird die neue Stroke Unit der Universitätsklinik für Neurologie eröffnet. Ein Meilenstein, wenn es um die Akutversorgung von Schlaganfallpatienten in der Steiermark geht. Warum das so ist, wie eine Stroke Unit überhaupt funktioniert und ob es tatsächlich stimmt, dass zu viel Schlaf die Schlaganfall wahrscheinlich erhöht, weiß mein heutiger Gast, der Vorstand der Universitätsklinik für Neurologie, Universitätsprofessor Dr. Christian Enzinger. Lieber Herr Professor Enzinger, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Vielen Dank für die Einladung. Als Hausherr werden Sie demnächst die neue Stroke Unit eröffnen. Geht damit ein langjähriger Wunsch für Sie in Erfüllung? Natürlich geht damit ein langjähriger Wunsch in Erfüllung, weil es eine Sache ist, Universitäre Spitzenmedizin interdisziplinär zu betreiben und eine andere, die Räumlichkeiten dafür zu haben. Natürlich haben meine Vorgänger diesbezüglich schon vorgearbeitet, aber wir benötigen angesichts der Größe des Versorgungsraums Graz deutlich mehr Betten. Das hat auch damit zu tun, dass wir im Bereich der Schlaganfall-Akutmedizin erhebliche Fortschritte erzielen konnten und damit viel mehr Betroffenen helfen können, ein weitgehend behinderungsfreies Leben zu führen. Was zeichnet diese Station im Speziellen aus und warum war die Erweiterung dieser Einrichtung so notwendig? Also zunächst einmal ist zu betonen, dass das Versorgungskonzept Schlaganfalleinheit Stroke Unit für sich, unabhängig von der eingesetzten Therapie, schon eine Reduktion der Erkrankungsschwere und auch der Sterblichkeit mit sich bringt. Wenn man allerdings dann noch den Luxus hat, die notwendigen Strukturen zu errichten und zu bauen und diesbezüglich Unterstützung kriegt vom Träger, nämlich eine Umgebung zu schaffen, in der Genesung gut möglich ist und in der Medizin an den Betroffenen gebracht werden kann, dann ist viel erreicht. Was bedeutet das konkret? Es müssen ausgewiesene Schlaganfallmediziner gemeinsam mit ausgebildeten Diplom-Krankenpflegerinnen anstelle sein in einem Logopädie-Physiotherapie-Versorgungsnetzwerk und dann letzten Endes auch vom Raumklima, von der Atmosphäre her Bedingungen geschaffen werden, um sich von einem Schlaganfall bestmöglich zu erholen. Wie viele Menschen in der Steiermark bzw. in Österreich erleben pro Jahr so einen Schlaganfall? In Österreich sind es in etwa 24.000 Schlaganfallbetroffene pro Jahr. In anderen Worten werden es alle 20 Minuten ein Schlaganfall. In der Steiermark sind es 3.500. Die Zahlen nehmen grundlegend einerseits zu, weil die Bevölkerung älter wird, andererseits durch verbesserte Nachsorgebedingungen in bestimmten Segmenten auch ab. Aber für uns bedeutet es insbesondere, dass wir als Universitäres Zentrum aggressivere Schlaganfalltherapieformen bieten müssen. Zum Beispiel die mechanische Entfernung eines Blutgerinnsels, eine sogenannte Thrombektomie. Das passiert in etwa 150 Mal pro Jahr. Und auch über den Blutkreislauf verabreichte Medikamente, die Blutgerinnsel auflösen. Auch in etwa 120 bis 150 Fälle pro Jahr. Das heißt, 300 dieser Fälle von den insgesamt knapp 1.000 Schlaganfallpatienten, die wir jährlich versorgen, kriegen diese besondere Therapie. Heißt das, Sie versorgen 300 Schlaganfallpatienten an Ihrer Klinik oder sind das mehr? Das sind deutlich mehr. Das sind zwischen 800 und 1.000 pro Jahr. Wobei diese 300 jenes Segment darstellen, wo wir durch besonders aktive Therapieformen gut helfen können. Und Sie aber nicht vergessen dürfen, dass es auch ein Leben nach dem Schlaganfall gibt. Das heißt, wir betreiben auch ein Schlaganfall-Nachsorgeprogramm oder beraten Patienten und Patienten, denen mit ganz besonderen Konstellationen, zum Beispiel Gefäßengstellen oder auch Gefäßfehlbildungen, um zu verhindern, dass ein Schlaganfall überhaupt auftritt oder noch einmal auftritt. Ist ein Schlaganfall eigentlich bei Männern oder bei Frauen häufiger? Anabhängig ist der Schlaganfall bei Frauen häufiger aus einem einfachen Grund. Frauen werden älter. Männer hingegen neigen eher zu Risikoverhalten und haben damit in jüngeren Jahren häufiger einen Schlaganfall. Ausgenommen ist die Gruppe der Damen, die hormonelle Veränderungen hat, beispielsweise auch die Pille einnimmt und zusätzliche Risikofaktoren hat, wie das Rauchen. Hier gibt es einen sprunghaften Anstieg von Schlaganfällen. Welche Art von Schlaganfällen gibt es? Also es ist eine gute Frage, welche Art von Schlaganfällen gibt es, weil im Volksmund sagt man der Schlaganfall. Aber Schlaganfall ist eine sehr heterogene Erkrankungsgruppe. Da gibt es unterschiedlichste Prinzipien, die zu einem Schlaganfall führen. Auf der einen Seite zu 80 Prozent den Schlaganfall durch eine Durchblutungsstörung, meistens ein Gefäßgerinnsel. Wir sprechen von einer Ischämie und in etwa 20 Prozent durch eine Blutung, das heißt ein Gefäß zerreißt. Es ist völlig klar, dass diese beiden Schlaganfallarten unterschiedlich behandelt werden müssen, oftmals auch unterschiedliche Ursachen haben. Und in jedem Fall kommt diese Unterscheidung zu Beginn in der Akutphase eine wesentliche Relevanz zu, wenn es um die richtige Therapie geht. Wie entsteht ein Schlaganfall und was passiert in meinem Körper dabei? Schlaganfall kann unterschiedliche Ursachen haben. Die häufigsten sind jene, die auf eine Gefäßverkalkung oder Atherosklerose, auch eine Gefäßwandentzündung zurückgehen. Und hier sind es die herkömmlichen Risikofaktoren, Rauchen, Bewegungswangel, Bluthochdruck, Blutzuckerstoffwechselstörungen. Und dann gibt es natürlich auch, vor allem bei jüngeren, Schlaganfallursachen, die weniger bekannt sind, sogenannte Gefäßdissektionen, wo die innerste Gefäßwand einreißt, abschert und sich ein Blutgerinnsel bilden kann. Oder auch jene, die beispielsweise durch Drogen verursacht sind oder durch eine Verstopfung von Venen. Es gibt also auch eine Sinusvenentrombose am Gehirn. Und diese unterschiedlichen Schlaganfallursachen schnell zu diagnostizieren, ist wesentlich und gehört in die Hand von Spezialisten, um entsprechend die richtigen Therapien abzuleiten. Wann löst ein Blutgerinnsel einen Schlaganfall und wann eine Lungenembolie oder einen Herzinfarkt aus? Das ist eine interessante Frage, aber sie legt vor allem den Finger auf die Wunde, dass all diesen Gefäßprozessen gemeinsam Veränderungen an den Gefäßwänden oftmals sind oder in diesem Fall ein Vorhofflimmern. Das heißt, das Herz pumpt nicht regelmäßig, die Vorhöfe kontrahieren sich unregelmäßig und hier können sich Gerinnsel ansammeln und die werden dann verschleppt. Ob das dann in ein Hirngefäß verschleppt wird, das verschlossen wird oder in eine andere verifäre Arterie, dürfte wohl Zufall sein. Fakt ist aber, dass oftmals diese Gefäßgerinnsel dann an Engstellen der Gefäße, die sich vorher schon gebildet haben, hängen bleiben, zum Beispiel an der Halsschlagader oder an der mittleren Hirnarterie. Und das wiederum sind Ursachen, die man erkennen muss. Und wenn man die beispielsweise nach Warnzeichen, also vorübergehenden Durchblutungsstörungen des Gehirns, das umgangssprachige Schlagerl, das ist ernst zu nehmen, eine transitorische, chemische Attacke, erkennt und repariert, dann ist die Gefahr vorweg einmal gebannt. Was sind die Anzeichen, dass ich einen Schlaganfall habe? Und was ist dieser FAST-Test? Der FAST-Test wurde im Prinzip generiert und in die Welt gesetzt, um es Laien zu ermöglichen, einen Schlaganfall zu erkennen. FAST kommt aus dem Englischen, steht für das Gesicht, Face, also Asymmetrien beim Lächeln beispielsweise. A steht für den Arm, Vorhalten des Arms, Absinken des Arms oder Arm kann nicht bewegt werden. S steht für Sprache, Probleme, Sätze nachzusprechen beispielsweise. Und T steht für Zeit. Das heißt, wenn einer dieser Indikatoren anzeigt, dass etwas am Gehirn nicht funktioniert, dann ist es Zeit, den Rechnungshof abzusetzen. Ein Satz vielleicht noch dazu. In Österreich hat man diesen FAST-Test durch einen FAST-Plus-Test ersetzt oder auch einen sogenannten Austrian Pre-Hospital-Stroke-Scale. Und das ist deswegen wichtig, weil auch Gleichgewichtsstörungen dazuzählen oder die Lähmung eines Beines. Das sind nämlich andere Gefäßgebiete, die durch den FAST-Test nicht erfasst werden. Wir haben es in der Steiermark geschafft, auch über das Universitätsklinikum, die Rettungskräfte entsprechend zu schulen. Wo liegt der Sinn darin, wenn dieser FAST-Plus-Test einen hohen Punktewert ergibt? Es geht von 0 bis 9. Und wenn der über 4 ist, dann zeigt das an, dass ein sehr großes Gefäß verschlossen ist. Und dann sollte der Weg ans Zentrum führen. Denn wir können dieses Gefäß wieder eröffnen. Gibt es verschiedene Anzeichen zwischen Männern und Frauen? Das ist eine exzellente Frage, weil Frauen oftmals andere Schlaganfall-Symptome haben als die klassischen. Da gehören auch Benommenheitsgefühle dazu, unspezifische Schwindel beispielsweise, oftmals auch Übelkeit. Das heißt, Frauen haben ein etwas anderes Schlaganfall-Muster. Und insgesamt sollte man immer dann, wenn man eine Veränderung des Gehirns, wir sprechen von zentralnervösen Ausfällen, ausgeht, eine Abklärung durch einen Neurologen, eine Neurologin anstreben. Was ist im Fall des Falles zu tun? Ruhe zu bewahren, auch den Betroffenen zu beruhigen, jedenfalls keine Medikamente zu verabreichen und schnell einen Rettungswurf abzusetzen. Sinnvoll ist es dann natürlich auch, Angaben zu Vorerkrankungen mitzuliefern, zur Medikamentenliste. Wir haben Steiermarktreit ein exzellentes Versorgungsnetz im Bereich der Rettung. Es wird die nächstgelegene Stroke-Unit-Schlaganfalleinheit angefahren. Wenn außerhalb von Graz an einer Schlaganfalleinheit der Verdacht besteht, entweder aus klinischen Gründen oder aus Befunden der Bildgebung, Computertomographie, Magnetresonanz-Tomographie, dass ein schwerwiegender Schlaganfall mit einem Großgefäßverschluss vorliegt, dann wird direkt mit uns im Zentrum am Uniklinikum Graz Kontakt aufgenommen, der Fall besprochen, der Transport eingeleitet und das Katheter-Interventionsteam steht dann schon bereit und die weitere Versorgung erfolgt über uns. Kann es sein, dass ein sogenannter Schlaganfall übersehen wird? Es kann ein Schlaganfall einerseits übersehen werden, nämlich dann, wenn die Ausfälle nur sehr gering, unspezifisch und vorübergehend sind, denken Sie an eine kurze Schwindelattacke. Was aber noch viel häufiger ist, dass Schlaganfälle klinisch stumm ablaufen können. Das heißt, nicht bemerkt werden, weil sie nur sehr klein sind und an strategisch nicht relevanten Arealen des Gehirns liegen. Dann werden die häufig bei aus anderen Gründen durchgeführten Bildgebungen aufgedeckt und sollten trotzdem dann nachverfolgt werden, weil es ja immer eine Ursache gibt. Und wenn man die Ursache früh behebt, dann verhindert man, dass daraus ein richtiger Schlaganfall wird. Es braucht sich also keiner zu fürchten, weil in aller Regel herkömmliche Schlaganfall-Symptome, die sehr häufig sind, sehr gut erkannt werden können. Kann noch eine Stunde später eine Behandlung noch gleich erfolgreich sein? Das gibt es, und zwar dann, wenn man das Glück hat, durch anatomische Varianten oder auch durch die Veranlagung oder auch durch ein sehr gutes Versorgungsnetzwerk des Gehirns eine höhere sogenannte Ischemietoleranz zu haben. Wenn Sie ein Versorgungsnetzwerk haben rund ums Gehirn mit Gefäßen, die dann das kritisch mangelnd durchblutete Gewebe noch so lange durchbluten können, dann können Sie natürlich auch später mit einer Therapie noch viel erreichen. Wie kann man das jetzt feststellen? Meistens durch den Einsatz moderner, bildgebender Verfahren, die uns erlauben, den Infarktkern abzugrenzen von potenziell noch rettbarem Gewebe. Man nennt das Penumbra-Konzept. Und wenn Sie also sehen, es ist zwar ein großes Gefäß verschlossen, aber der Infarktkern unrettbares Gewebe ist klein, das noch rettbare Gewebe ist groß, dann kann man über eine Gefäßwiedereröffnung, eine sogenannte Rekanalisierung für den Patienten viel erreichen. Und das ist nach neueren Studienergebnissen auch bis zu 24 Stunden nach dem Einsetzen der Schlaganfall-Symptome möglich. Wie sieht eine Therapie nach dem Spitalsaufenthalt aus? Das ist eine wesentliche Frage, weil wir natürlich viel in die Akuttherapie investieren. Es ist dann auch wesentlich, wie man mit Situationen umgeht, die sich nach Gefäßwiedereröffnung beispielsweise abzeichnen können, Blutdruckschwankungen, Infekte, die auftreten können. Noch wesentlicher ist es dann, die Betroffenen zu motivieren, früh zu rehabilitieren, wenn es Ausfälle gibt und dann die Therapieerfolge auch zu kontrollieren. Hier gibt es eine sehr schöne österreichweit durchgeführte Studie, eigentlich an zwei Zentren, Innsbruck und in Wien, die an über 2000 Schlaganfallbetroffenen gezeigt hat, dass eine strukturierte Schlaganfallnachsorge nach drei Monaten mit einer Optimierung der Therapie, Beratung, interprofessionell, beispielsweise auch mit Physiotherapie, Psychologie, Logopädie, eine wesentliche Rolle in der Reduktion von neuerlichen Schlaganfällen und Erkrankungen bietet. Die Größenordnung liegt bei 8 versus etwa 5 Prozent. Das heißt, man kann um ein Drittel neuerliche Ereignisse reduzieren, ohne irgendein Medikament spezifisch eingesetzt zu haben, nur mit diesem Nachsorgeprogramm. So etwas wird in der Steiermark schon lange gelebt und an der Universitätsklinik in Graz werden unter Stützung auf Strukturen im Sinne der Schlaganfallnachsorge auch alle Patienten drei Monate nach dem Ereignis noch einmal einbestellt. Herr Professor Enzinger, wie wichtig ist die aktive Teilnahme der Betroffenen an der Therapie auch im Hinblick auf mögliche Umstellungen vieler Lebensgewohnheiten? Das ist eine ganz wesentliche Frage. Also man muss weg vom Konzept der Reparaturmedizin, auch wenn wir viel erreichen können in der Akutmedizin, zum Beispiel ein Gefäßgerinnsel wieder entfernen und dann mit der Durchblutung herstellen. Das hat ja Gründe, warum es zu diesem Schlaganfall gekommen sind. Das sind zumeist modifizierbare Risikofaktoren. Die gilt es also zu beheben über eine Änderung des Lebensstils, entsprechende Beratung. Und was auch wesentlich ist, der Betroffene sollte aktiv mitarbeiten. Warum? Weil das Gehirn in Netzwerken agiert und reagiert. Und es gibt so etwas wie neuronale Plastizizität. Je besser Sie üben und je mehr Sie andere Areale des Gehirns dazu zwingen, verlorengegangene Funktionen zu übernehmen, desto besser ist Ihre Erholung nach einem Schlaganfall. Und da sprechen wir natürlich noch nicht von der psychischen Komponente. Es trifft einen irgendeinen Schlag. Wir wollen im Idealfall Betroffene ja wieder in den Berufsalltag, in ihren Alltag eingliedern. Und dabei spielen auch beispielsweise Angststörungen oder Depressionen eine Rolle. Daraus lässt sich schon ableiten, dass wir den Menschen als Gesamtheit sehen und neben den Segnungen der universitären Akutmedizin auch die Nachsorge ganz wesentlich ernst nehmen müssen. Wie schaut es mit Ernährung oder Sport aus? Mit Ernährung und Sport. Das ist wie Wasser in die Mauer schütten oder Eulen nach Athen tragen. Jeder weiß es. Kaum jemand tut es. Es sind weltweit 80 Prozent der Schlaganfälle bedingt durch fünf modifizierbare Risikofaktoren. Dazu gehört Übergewicht, Bewegungsmangel, Rauchen, Nikotinabusus, übermäßiger Alkoholkonsum und Stoffwechselstörungen, beispielsweise durch erhöhten Blutzucker. Es ist auch nie zu spät diesbezüglich etwas zu tun und es ist auch nie zu früh diesbezüglich etwas zu tun. In der Gruppe der 40- bis 50-Jährigen steigt die Schlaganfallhäufigkeit ja leider an. Und das hat zumeist mit diesen Risikofaktoren zu tun. Kann man präventiv etwas tun? Man kann präventiv etwas tun. Man kann auch beispielsweise an der sogenannten kognitiven Reserve arbeiten. Das heißt, alles was das Gehirn fit hält, und dazu zählt nicht notwendigerweise ein Studium zu absolvieren, sondern Herausforderungen zu suchen, zu tanzen beispielsweise, neue Hobbys sich zu erschließen, das trainiert das Gehirn und da gibt es sehr schöne und belastbare Untersuchungen, die zeigen, dass damit, wenn wirklich ein Schlaganfall eintritt, die Folgen limitiert werden können. Das ist etwas, was man tun kann und das andere, was man sicher auch tun kann, man kann an seiner eigenen Resilienz arbeiten im Sinne von Achtsamkeit und damit auch psychische Bedingungen schaffen, die es einem erleichtern, mit einem Schlaganfall umzugehen oder den auch überhaupt zu vermeiden. Die Dinge hängen ja zusammen, wenn Sie einen stressvollen Beruf beispielsweise haben oder Stress in der Familie, sich davon negativ stressen lassen, dann haben Sie eine höhere Chance, Herzrhythmusstörungen zu bekommen, einen Vorhofflimmern zu bekommen, der Blutdruck wird entsprechend entgleisen. Das sind alles Dinge, die man auch im Griff hat und das ist auch gleichzeitig der Grund, warum ein Schlaganfall auch sehr schlanke, vermeintlich sehr gesunde Personen betreffen kann, die auch Ausdauersport betreiben etc. Ist die Wahrscheinlichkeit, einen Schlaganfall zu erleiden, auch genetisch bedingt? Es gibt genetische Ursachen, aber Schlaganfall ist eine multifaktorelle und polygenetische Erkrankung mit wenigen Ausnahmen, das heißt, es spielen viele Faktoren eine Rolle. Es gibt eine unterschiedliche Empfänglichkeit dazu, Schlaganfall zu bekommen, aber es gibt auch sehr selten vererbliche Zustände, gegen die man dann klarerweise wenig oder nichts tun kann. Aber man muss sich nicht fürchten, es ist kein derart stark vererbbares Erkrankungsbild, dass es notwendigerweise heißt, wenn Ihr Vater beispielsweise oder Ihre Mutter einen Schlaganfall hat, dass Sie dann auch einen Schlaganfall bekommen. Vorsichtiger würde ich werden, wenn Sie Eltern oder auch Geschwister haben, die in jungen Jahren einen Schlaganfall erlitten haben, dann zahlt es sich aus, ganz genau in einer gesunden Voruntersuchung, in einer neurologischen Untersuchung abzuklären, ob Sie bereits modifizierbare Risikofaktoren haben, wie zum Beispiel Fettstoffwechselstörungen, Blutdruckprobleme, Herzrhythmusstörungen oder Fehlbildungen im Herzen oder an den Gefäßen. Stimmt das, dass auch zu viel Schlaf die Schlaganfallwahrscheinlichkeit erhöhen kann? Ja, der Schlaf ist generell etwas, was wichtig ist in der Ursache des Schlaganfalls, weil ein regelhafter Schlaf für die mentale, psychische und physische Gesundheit wesentlich ist. Dieser Mythos geht zurück auf eine Studie, die in Nordmanhattan durchgeführt wurde. Man muss sagen, an Personen, die keine fixe Unterkunft haben bzw. in Schlafstellen beheimatet waren. Und da hat sich gezeigt, dass Personen, die über neun Stunden schlafen, auch dann, wenn man es für andere Faktoren korrigiert, ein erhöhtes Risiko hatten an Gefäßverkalkungen im Halsbereich. Also eigentlich nicht an Schlaganfällen, sondern ein Zusammenhang besteht zwischen vorzeitiger Gefäßalterung, Gefäßverkalkung, Gefäßentzündung und dem Schlafmuster. Was heißt das für uns? Schlafverhalten und Schlafmuster sind sehr unterschiedlich, aber regelmäßiger Schlaf mit einer guten erhaltenen Schlafarchitektur ist zweifelsohne wichtig. Was sehr häufig ist, sind Schlafapnoe-Syndrome, das heißt meist nicht selbstbemerkte, aber von Partner bemerkte Aussetzer während der Atmung und die sind mit einem deutlich erhöhten Schlaganfallrisiko verbunden und gehören als solche schlafmedizinisch behandelt. Was hat es mit dem Loch im Herzen als Ursache für Schlaganfälle auf sich? Jedes Embryo hat angeblich ein Loch im Herzen, das sich erst schließt, wenn man zu atmen beginnt. Bei einigen Menschen schließt dieses Loch nicht, sodass Blutgerinnsel aus dem Herz ins Hirn gelangen und dort Schlaganfälle auslösen können. Für wen ist das gefährlich, Herr Professor Enzinger? Ja, das Loch im Herzen bezeichnet ein sogenanntes persistierendes Vorrahmen-Ovale. Während unserer Reifung im Mutterleib benötigen wir zu Beginn einen Kurzschluss zwischen dem rechten und linken Herzen, weil die Lunge noch nicht durchblutet und nicht funktionsfähig ist. Und dieses anlagemäßige Loch in der Herzscheidewand verschließt sich bei den allermeisten Menschen, bei vielen allerdings nicht. Es lässt sich mit Ultraschall nachweisen. Wichtig ist nur zu betonen, dass man exakt eruieren muss, ob es tatsächlich die Schlaganfallursache ist oder einfach zusätzlich zum Schlaganfall vorhanden ist. Ist ersteres der Fall, dann kann man dieses Loch, dieses persistierende Vorrahmen-Ovale sehr gut verschließen. Es ist ein Kathetereingriff, der an der Kardiologie durchgeführt wird. Und weil die meisten Entscheidungen in der Medizin nicht schwarz oder weiß sind, wird so eine Entscheidung bei uns in einem Konsensusstatement geführt. Das heißt, es gibt dazu eine eigene Konferenz gemeinsam mit der Kardiologie, mit Neurologen und Schlaganfallexperten. Lieber Herr Professor Enzinger, Ihr Resümee bitte. Ja, ich würde einmal erstens mitgeben wollen, dass wir den Schlaganfall unter die sehr gut behandelbaren Erkrankungen einreihen können. Zum Zeitpunkt, als ich Medizin studiert habe, gab es die Drei-Drittel-Regel. Ein Drittel stirbt, ein Drittel ist schwerbehindert, ein Drittel ist leichtbehindert. Mittlerweile haben wir Durchbrüche in der Mediklimatösen-Therapie. Das betrifft jetzt die Akutversorgung. Es gibt die alte Blase, die die nekte Blase, die wir über die Vene verabreichen. Es gibt vor allem aber auch die mechanische Trombiktomie, die bei uns an der interventionellen Radiologie angeboten wird, auf höchstem Niveau. Und die hat zeigen können, dass wir in einem hohen Prozentsatz das verschlossene Gefäß wieder öffnen können. Wenn es jetzt aber passiert ist, dann würde ich dazu raten, auch den Betroffenen und natürlich den Angehörigen Zuversicht walten zu lassen, denn das Gehirn braucht oft lange Zeit, um sich zu erholen. Und selbst wenn es sich nicht erholt, können die Betroffenen oftmals durch entsprechendes soziales Umfeld, durch Training wieder zu einem Leben finden, das sie erfüllt. Und das betrifft oftmals auch schwer betroffene Patienten und Patientinnen. Also als Sicht der Neurologie ist für mich immer faszinierend zu sehen, wie Individuen umgehen können mit auch schweren Erkrankungen des Gehirns, es meistens wieder ins Leben zu kommen und letzten Endes damit ihr Schicksal in die Hand nehmen. Und das ist wesentlich, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben, an sich zu glauben und auch an das Ärzteteam und an das Therapeutenteam. Lieber Herr Professor Enzinger, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Folge gibt es wie immer in drei Wochen. Bis dorthin bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017